Unsere Zielgruppe für diese Messe ist sehr, sehr, sehr breit gesteuert. Das heißt, wir richten uns sowohl für die Auszubildenden als auch für die Fachkräfte, Führungskräfte, Hochschulabsolventen, die sich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich weiterentwickeln möchten. Ich bin hier, weil ich ganz tolle Vorträge gesehen habe und möchte mich einfach informieren. Ich finde sowas immer gut. Man lernt immer neue Menschen kennen. Man sieht immer altbekannte, tolle Menschen, mit denen man sich austauscht. Wir haben uns noch umgeschaut, welche Firmen sich da vorstellen, welche Jobangebote sich da bieten. Für mich speziell halt, was der Raum Regensburg an sich alles bietet. Und wir kommen ja aus der Region und wir werden das alles anschauen. Ich erhoffe mir spannende Gespräche mit mittelständischen Unternehmern, die es gerne mögen, die es schätzen, ein großes internationales Netzwerk zu haben, einen regionalen Ansprechpartner. Die Leute sind sehr gut vorbereitet. Wir können direkt mit denen Kontakt aufnehmen. Der Zoll betreibt Nachwuchswerbung, ebenso wie die ganzen anderen Firmen, die hier vor Ort sind. Wir sprechen vornehmlich natürlich Schülerinnen und Schüler an, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen, weil man muss sich bei uns immer ein Jahr im Voraus bewerben. Wir präsentieren uns natürlich hier als mittelständischer Arbeitgeber, als Handwerksbetrieb und als Handelsbetrieb. Und wir nutzen dieses Forum, um bekannter zu werden, um auch die Leute ein bisschen zu überraschen, wie vielfältig sind denn die überhaupt. Viele kennen uns gar nicht oder kennen uns nur durch den Erste-Hilfe-Kurs, den sie schon mal gemacht haben und fragen uns, was es für Möglichkeiten gibt, was wir auch für Ausbildungsberufe anbieten. Genau, also querbeet eigentlich. Keiner weiß eigentlich, dass so ein Universitätsklinikum eigentlich nicht nur aus Pflege und Medizin besteht, sondern wir auch eine riesengroße Verwaltungsabteilung haben. Wir haben eine große technische Abteilung, das sieht man allein zum Beispiel an unseren Ausbildungsplätzen. Wie ist so die Resonanz von den Leuten? Also wir sind sehr überrascht, was wir heute für einen Anklang haben, in welchen Bereichen das gesucht wird. Was sind denn so Fragen, die Sie so die ganze Zeit hören? Ja, erst einmal, mit welchem Schulabschluss kann ich zur Polizei? Und wo werde ich denn dann später auch verwendet? Bleibe ich in Regensburg? Komme ich woanders hin? Und dann natürlich auch immer die große Frage, bleibe ich in Bayern? Weil viele dann eben den Unterschied oft nicht kennen zwischen der bayerischen Polizei und der Bundespolizei. Wie muss denn der Held ausschauen, den ihr sucht? Also es geht natürlich nicht nach dem Aussehen, sondern wir suchen smarte Leute, weil wir anspruchsvolle Probleme lösen wollen in der IT. Wir sind ein Softwareunternehmen aus Regensburg, arbeiten aber weltweit mit Kunden im Banking-Bereich zusammen. Und bauen jetzt gerade eine Cloud für Banken. Und da suchen wir richtig smarte, coole Leute. Ich habe gerade gelernt in einem Vortrag, Wissen ist alles. Die Halbwertszeit des Wissens wird immer kürzer und Wissen und Zeit macht Geld.